So, da sind wir wieder. Meines Niemes ist K. Futsch. Irgendwie, also man merkt langsam, da wird es langsam. Geht es langsam bergab. So, ja, ich bin hier drin. Die Fahlruine. Die Vaginalruine. Ja, hallo. Oh, so klang ab wie Geld. Oh. Dann schießt er immer nur noch einen Pfeil ab. So, komisch. Sollte er eigentlich aber ja nicht. Eigentlich sollte er mehrere Pfeile abschießen. Da wird er noch an der Sockel. Ha? Musst du das an der Sockel? Na, gab es ja die sowieso, dass er die Schüsse verteilt. Macht aber komischerweise nicht Buff. Bei Feuer. Na gut. Der hat nicht... Doch, nochmal. Leer. Hallo, Tür. So, wir sind lang hier. Hm. 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 kommt die klingel hier ja gut wird dann schießt aber schneller ein enormes malerfläschchen enorm nicht identifiziert werden wir mal machen wer hätte damit rechnen können großschwert scheiße hier dreck uhr portal eine truhe die leer ist klasse ist das ein riesen motte hier oder was hier sind wir die ganzen passen also wollte hier hin ist noch mal die scherbe für dich trägt die cloud schon wieder hier und direkt die rochen die identifikationsrollen morgen die uni mehr so ein klick hier wo ist schon mittlerweile noch der kotze ich nie aus nehmen die auch mal trotzdem mit habe ich habe ich dann schon wenn da gegen andere sachen kuchen kuchen von 12 bis 26 macht der. Ist das meine? Der ist trotzdem geiler irgendwie. Warum ist der nicht so? Achso, weil der legendär ist. Alles klar. Dann brauche ich keinen anderen Bogen. Seid denn der ist auch legendary. Legendary. Oh. Geil. Ein enormes Malerfläschchen. Ich werde bläde. Ich werde bläde. Willst du hier lachen? Hallo. Hier waren wir doch schon mal. Ich bin ja nicht weit aus Fenster lehnen, aber. Oh, da oben. Oh, ich kriege auch so. Veräffern. Hehehe. Hallo. Okay, komm ein bisschen näher. Für euch. Oh, ist gar nichts. Wie ich nur versuche, den Engel zu treiben, aber. Ha. Ich würde nie hier. Hallo. Der mich schon gesucht war. Ja, gefunden. Ah, klasse. Was das hier alles für Crap jebt. Ähm. Okay. Ob das jetzt so geil war? Ja, es ist ja so weltdunkel. So ein bisschen leicht lilai halt so. Hm. Als wäre es jetzt ziemlich gay. Ja. Bisschen wir jetzt zur Nordwand? Zur Nordwand. Nen. Rinnen. Nordwald. Riechwand. Wald. Riechwand. 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 ho 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 wo er vom Weg Was gibt es denn hier sonst eigentlich noch? Das Dickicht des Grauens! Gott, wenn das nicht so dramatisch klingen würde, dann würde ich ja sagen, das ist echt dramatisch. Wir müssen aber erstmal in die Stadt wieder. Wieso? Ich fragte eine Frage. Stimmt. Okay. Schön dunkel hier. Oh, jetzt leuchten aber alle hier auf jeden Fall. So, dann fangen wir mal bei ihr an. Ja. 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 Und da sieht man hier so ein Schwarzmaler. Du hast vollkommen recht, Alter, Mann. Oh, wenn du mich so nett bittest. So, die Kavernen, äh, doch, Kavernen, gut. Ich kenne schon wieder ein bisschen Pupo in der Hose. Oh, hallo. Oh, hallo. Kleine, grüße, Äffchen. Ich kenne, heute steht Wildschwein auf der Speisekarte. Und ein paar Hiesenschrimps. Ja. Oh, hier. Eine Wahl. Eine Wahl. Eine Wahl. Eine Wahl. Das verdrutet. Ja, das verdrutet. Waren. Das ist nicht durch. Was ist denn hier mit eurem Platz frei? Tschüss. Da ist er. Wo? Ich komme. Kommst du oder what? Komm mal. Ja. Hallo. Ich bin noch mal. Kleine, kleine Süßen. Mhm. Ein Quarzzenter. Geil. Oh. Weiter. Weiter. Hat er lange nicht mehr. Oh. Hä? 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 So, mein Fernseher will natürlich selbstverständlich mal wieder ein Stand bei Ihnen. Möchte ich ja immer machen, wenn eine Aufnahme läuft. Da hat er sehen, da kennt er sie, da kennt er nichts. Können wir mal eine E-Mail an Sony schreiben, was das soll. Wo willst du hin? Denn es macht doch keinen Sinn. Oh nein, willst du nicht lesen? Nein! Ich will erst mal töten. Was ist denn hier mit dir eigentlich? Der Metzger. Der Metzger-Meister. Schieben wir uns jenseit ab. Meins! So, was gibt es hier noch? Crap. Oh, die schicke Schuhe. 42 Intelligenz. Einen Sockel. Was hat das meine? Der hat doch drei Sockel, oder? Nee, auch einen Sockel. Rüstung. 32 und... Energieschild 15. Hm. Was natürlich die Fahrrad besser ist, wa? Aber Energieschild ist ja immer besser, wa? Aber Energieschild ist ja immer besser, wa? Hm. Oder... Energieschild, oder... Oder Rüstung, lieber Yin. Ja. Na... Energieschild... Wird das nicht, keine Ahnung. Ich nehme sie erstmal mit. Ich habe zum Beispiel ein Süd-Wiakin. Ich habe Energieschild von 9. Ah, okay. Wird es denn eigentlich Süd-Wiakin nicht? Ja. Ja. Ah, sehr interessant. Erzählen Sie mehr von dieser tollen Geschichte? Das Dickicht! Des unfassbaren Grauens. Du bist nur lang. Hier unten war es schon die Weile, oder what? Äh, da unten war ich schon, ja. So. Okay. Ja, ich sehe das ja auch. Alle dort. Warte mal hier. Hier ist nämlich eine Ruhr. Vielleicht will nur gucken, nicht dass... Mach mal ja nichts von Ruhr. ...vergessen hast du da so. Ah! Die Gegner! Warte nicht, dass jetzt hier irgendwie da auftaucht und... Oh! Was ist denn das? Unterstützung! Kälte zu Feuer! Geil! Leg mit! Ja. Halt unter dem Stein gefunden. Ja. Lack da einfach so rum. Okay. Ui, Äffchen. Tote Äffchen. Okay. Juhu! Ja. Ja. Säbel. Den gebe ich mit. Was ist das? Ahle. Sieht aus wie ein Besen, Junge. Mhm. Für den Hausmeister. Warte mal. Welche Klasse spielst du so bei, äh, Pui? Äh, spiel Hausmeister. Ja. Ich krieg den Waldboden. So. Ich guck mal durch hier, würde ich fahren. Mhm. Mhm. Oh. Die Abbiegung verpasst. Mhm. Wenn Navi spinnt. Welche neueste Karten-Update hier. Ja. Nord-, Nordwald, wa? Mhm. Mhm. So. Hihihihihi. Da lacht einer. Mahlzeit, Jungs. Völlig zerblätzt. Was machst du denn hier, Ellie? Wand-Slinger. Dann droppst du so eine Scheiße, oder was? Oh. Goldene Stiefel. Verdammt! Aber auch nur, da passt nicht mal was von mir drin. Trotzdem nehm ich sie mit. Okay. Die selbe Architektur, wo wir gar nicht mal waren. Ja. So fliegt es mir genauso an. Oh. Hm. Was ist denn hier mit euch, Jungs? Was ist denn hier mit euch, Jungs? Hey! Das haben wir vorbeigerannt. Ich wollte von mir an den Schmissen. Oh! Geist. Abgehauen ist der Geist. Hille. Naja, nee. Wollte nie so wirklich. Hey, ich wollte die Axt hier haben. Drab noch mal. Klapp noch mal. So, was habt ihr denn schön dabei? Nein, nur Dreck. Es ist nicht zu glauben. Au! Nicht so hübsch. Was ist denn los mit dir? Schön, Lederhaube. Oh! Oh! Da hängt auch ein Decken vorzuholen. Oh! 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 ich bin mal hinten das wollte es noch mal probieren ja dort war diese geschützt haben das stimmt nicht und wird ja noch mehrmals fährst du mit dir ja mit dem feuer lederhaube mit einem sockel noch mehr von diesem tollen lud und ich machen freundestanz hallo grüße dich hier lederhaube falls du raus äffchen das gab es gab es der es gibt lohn braucht länger zum zum rauskommen als zum sterben ist ja schon ein bisschen keimisch die kaverne oder ein paar glücksbärchen taverne wäre schön er will ein glücksbärchen sein wir haben sie nach den freuden bär der tote bär oder der däffi der böse bruder der hat ein bisschen zahnschmerzen ich bin zahnarzt so es gibt es alle doch scheiße diese wunderschöne portal hallo bieren jeden stark hier und bären marke hallo den polar der art hat in der ecke pinkelt mal aus ihrem winterschlaf hier oder wenn wir vorbeikommen sind wenn wir ewig schlafen ja vor der klinik er möchte ein eisbär sein am kalten polar ja gab es irgendetwas schönes ist aber echt schade bing 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 stu oh danke so gibt es denn hier so schicke nix eine sackgasse ich habe feuer gemacht wollte er seine seine skeletten lieben lassen müssen zu vollkommen dass ich so gedacht ja schießt will ja nicht die sie ein bild wir sind meine färg ob sie dir alle kommt schnapp sie dir portal rolle wird neue pokai nur noch total der weg man kalt hallo ich komme zu euch war noch ein bisschen lichtern war ja gut ist klar dass du da oben feiner geblendet ja ja klar hat jeder dunkle in höhle leben ich müsste ich müsste uns dankbar sein ja das ist mal nicht die ganze bude bringen wahrscheinlich auch ein paar juli leid hier ja bestimmt danke für nichts eine eisenmaske siehst du auch hier in der höhle ist ein neuer hud hier der neue bau jetzt sehen wenn die ganzen sein glücksbär schießt die uralte pyramide heike von übel monster ja dann müssen wir rin obwohl wir erst mal ein bisschen loki loki machen also um zum klären das war für sammelt ganz wichtig weiße item alles mit euch das hat sich lohnt schleifsteil nipps hier ist der toll ich möchte ein eisbär sein am kalten polar ob wir ihn vergessen hier oben so wandert hier hau hallo ja open this door please wird sehen hier zu abhauen oder was sie noch vor den kampf zu drücken und hier wird erklärt da ist noch mal einer toba meist in der jagd ist hier war es aber voll drinnen auf den felspuffe gut ab in die stinkende der boff weg so in die höhle so in die höhle so in die höhle schon fertig heute was so viele items muss da irgendetwas schön dabei sein total rolle hat gesehen leider nicht hätten sie aber auch die die einfach mal die items einfach mal 50 prozent wieder machen können oder zu 80 prozent ja komme ich vorbei auf alle fälle stupe 2 sehr schön zieh noch irgendwas geile lederküll glaubts ja nicht passbar Türfest noch zu machen wow da braucht auch einfach mal nix drinnen hm aber hier hab doch gerade keine wir haben uns auch ein paar räume geben die nur atmosphäre zu atmosphäre dienen hier waren noch Gegner hab ich doch gerade gesehen jawollah mal löschen nun wirst du die munienfeuer oder was ey hallo hier hier die die wurstheitlich wein mitgebracht wein und brot mhm so schon wieder einer hier ein streuner oh ohne Tune oh oh geil der Tune war oh Gott mehr davon hm mhm ich bin zu schwach hier lang zu laufen mhm die da da es ist so schön mhm ich bin überhaupt lang hier da lang vermutlich ja mhm ne war der tatsächlich schon wie man sieht ja war aber auch nicht ich bin ja jetzt nicht mehr ne 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 Traine du ne 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 nimm sie tete dich nicht so auf ne Hallo, meine. Wow. Oh, jetzt. Oh, jetzt sind wir potenzielle Opfer. Hallo. Hier, einen Schmetterlingsschlag habe ich hier. Geil. Den ich wahrscheinlich unbedingt brauche. Oh, ja. Der bestimmt okay, einen Nahkampf. Nee, nee, der ist ein Bogenschlag. Ja, ja. Der Neue. Der ist heute gekommen. Ja. Als Update. Exklusiv. Nur um die Uhrzeit. Genau. Anfurt und Pro Express. Genau. Achso, Mann. Willst du nie lang? Wunderbar. Ja. Versteh mal hier. Nee, ich erkunde die Karte. Komm her dann wieder an die Region zurück. Oh, jetzt schon wieder nach oben. Ja. Warte aber noch nicht erkunden. Babos hier. Babos. noch immer nicht. Ein feuerpfeilköcher. Ich krieg's nicht gebacken, ist das geil? ja was dazu dem feuerfall hallo mal kann jeder platz hier doch nicht da war schon zu stellen natürlich zu gerne haben um ihn gegen eintauschen ja jetzt bist du bereit okay haben sie nicht kommen das war ein kurzer spaß war die tür auf und tot ja die jahre angriff konnten sie noch nicht sagen genau platz platz verschwatsch zu den fiktions rolle Hallo, grüße euch. Hast du die Stirn? Nee, mach mal wieder hier. Bäm, joha. Oh, endlich mal wieder ein paar Kreuze weglicken hier. Für den Tempo könnte noch ein bisschen schneller sein für meine Pfeile. Ja, noch ein bisschen höher an der Möglichkeit. Brauche ich einen anderen Boden. Hm. Was ist hier mit euch, Benje? So, tschüss. Könnte aber nicht wahrsehen. So, weil der nach oben war. Hm, bin quasi da. Ich muss wahrscheinlich mal die Truhe öftern hier. Oh, da sind wir bei der Spitze. Oh, geil. Jetzt sie schon? Mhm. Kommt aber schon wieder der Babo, die vorbei jetzt stiefelt. Die bekannte Drei-Ebenen-Pyramide. Hm. Wer kennt sie nicht? Damals. Wenn ich Amun. Oh, direkt wieder raus hier. War mir zu hoch. Oh, ich drück auf. Oh, jetzt kommt der Entgegner. Entgegner. Nice. Entgegner Zwischenboss. Bisschen Angst. Nee, nee. Aktentgegner. Oh. Der hast du doch nicht besiegt, oder was? Nee, ich bin schon nur in Akt 3 durchgefasst. Schön. Nee, nee. Ich bin gerade am Anfang von Akt 3, also gleich wieder auf dem Stand. Hey, Bro. Was geht denn ab hier? Hey, Bro. Was geht denn ab hier? Nee, der trifft mich ja eigentlich überhaupt nicht. Kleine Bursche. Hm. So. Vielleicht ein bisschen weit aus dem Bild raus. Aber vielleicht ein bisschen nah ran. Egal. Du schießt durch nicht, du eigentlich, du. Alter, Helga. Das ist doch hier. Das ist ja Arbeitsverweigerung. Na. Na. Ha. Sind mit euch endlich? Beuys. Die Beuys vom Sobe. Hallo. Alter. Wenn der Regan hier. himm. Kiemm. Kimm. Ja. Kein Problem. Nhi. Nimbische dabei. Ehemlich gar nichts, alter. Es ist minus all да scheiße hier. Blau. Alter, das für ein Arsch. Das kannst du doch nicht fassen. Was ist das? Aber ohne Verbindung. Oder? Kann ich den mitnehmen? Nein. Nochmal. Gott, ich hab den hier halt eingesammelt. Nein, na ja. Wollt ihr eigentlich mal den hier mitnehmen? So. Wir können. Jawollah. Aber wieder ein bisschen Helligkeit hier. Die Stadt Sarn. Ich bin's, der Sarn. Der Bruder vom Garn. Ja. Ja, nice. War doch Wegpunkt. War ich hier schon mal? Offensichtlich. Ja, gar nicht. War? Ja, gar nicht. Weil der Wegpunkt auch schon geleuchtet hat. Deswegen. Und du bist schon runtergejumpt, oder was? Da bist du. Ich hab nochmal gekickt, ja. Okay. So. Wo bist du jetzt überhaupt hin eigentlich? Achso, zum Lager. Zum Lager. Zum Lager des Sarn. So. Hallo, Käferchen. Meine kleinen Burschens. Aber ich könnte ja so meine Dings verteilen. Meine Skillpunkte. So. Gibt's denn hier eigentlich? Kritische Trefferchance machen wir denn. Herzsucher. Herzsucher. Aha. Genauigkeit und andere Geschwindigkeit. Uh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber Schadengenauigkeit mit Bohrungen finde ich schon ein bisschen besser. Also skilgen wir unsere drei Punkte mal schön hier rin. Sehr gut. Sehe hier. For the Gates. Hm? Was hast du? Äh, ich hab grad die Ostfriere gefunden. Lebensrüstung. Mhm. Das heißt was? Ich kann dir sagen. Ich verstehe. Ich bin schon wieder hier oben. Schau da, Klau der Irre. Ich verstehe. Uh. Wandlungsfähre. Ein Schützer stört die ganze... ...der Buden hier. Ja. Verlege dir die Wächter und rette die Frau. Das machen wir. Wo ist die Frau? Wo sind sie, holde Maid? Ein enormes Mauerflöschchen. Weg, was blöde, ey. Wird bekloppt. Hallo, Boys. Und tschüss. Wo ist einer da? Da. Tschüss. So, okay. Komm ich da lang? Nö. Schade eigentlich. Wo ist sie denn hier runter? Na, das ist denn hier? Geh' nur in das Schwimmchen. Achso. Hier ist das Lager. Hier kann. Ja. Komm mal. Ja. Sind wir jetzt schon im dritten Akt, oder what? Wir sind im dritten Akt. Geil. Und das ist jetzt die Hauptquartier hier wieder, oder wat? Schönes Lager. Die Hauptstadt quasi. Deine Missions. Das ist schön. Können wir ja da direkt, äh, äh, die Aufnahme, ähm, beenden. Das ist ja toll. Passt ja zeitlich einwandfrei. Ja. Oh, kein Chirurg? Nee. Das ist schön gewesen. So, eine schöne Stadt. Ja, die ist cool. Die gefällt mir. Neck auch. Ziemlich langläufig, aber... Wo ist die Tafel? Schicken wir uns nochmal an. Ah, ja. Abgeschlossen. Das Gefängnis. Akt 1. Noch nicht abgeschlossen. Kiek an. Bei mir. Prüfungstafel. Prüfung, oder? Schicken wir mir, äh... Hä? Ja, ich auch. Das Gefängnis. Akt 1. Nicht abgeschlossen. Ich hab auch nur hier, äh... Akt 2. Akt 2 nur. Das ist ja wohl eine Frechheit. Naja, das wird wahrscheinlich alle zurückgesetzt worden sein, dadurch, dass wir jetzt in der Standardliga sind. Achso. Naja. Ich bin Kacker. Mhm. Kacker Pupu. Da machen wir. Ich bin Kacker. Oh. Oh. Arena-Kämpf. Jeb das auch. Oh. Oh, was steht hier? Kannst jetzt PvP, das ist aber echt toll. Möchte ich aber eigentlich gerade nicht so wirklich. Ich glaube, da bin ich noch ein bisschen zu frisch unterwegs, glaube ich. So, zu wen darf ich denn von euch beten? Maradona haben wir da. Heißt der wirklich Maradona? Diego. Maramor heißt der. Maramor, Hergan. Wen haben wir noch hier? Günter. Was, Günter? Günter. Wir sitzen hier am Wasser. Den kann ich nicht quatschen. Ja, schön, schön, schön. Okay, mit ihm muss ich ja quatschen. Man muss ja ein bisschen verkaufen. Das kann ich ja sonst hier mit keinem machen. Also, dann reden wir mal mit Maramor. Ja, mit Maramor. Maramor. Die Jübsche. Hummel. Die Jübsche. Die Jübsche. Die Jübsche. Die Jübsche. Ja du, ja kein Problem, ich helfe dir, isst du doch, immer. Tschüss. So, willst du gleich mal ein bisschen, nee willst du nicht von mir kuchen, okay. Du auf jeden Fall. Jo, Marc. Aber erstmal, ich stehe hier ein bisschen weit verkaufen, mein Kleiner. Denn, können wir gerne nochmal drüber reden. Shit, kein Haus. So. So, äh, ist die denn besser als meine, die die da haben? Alter, 640, ja, nicht sehr, sehr besser. Na denn? Achso, klar, kann mein Verkaufsmenü offen. Gut, der Stab kann weg, der Bogen kann weg, die Schuhe können weg, den Hut gucken wir nochmal an. Und, ja. Sieht erstmal ganz gut aus. Tschüss. Was soll ich das Inventarlutzi machen hier? So. Okay. Zack, haben wir die auch groß und voll. So, groß und voll. So, die Schuhe. Also, genau, die wollte ich mir ja mal angucken. So. Erhöhte Seltenheit gefungler Gegenstände. Und, gut. Wird auch verkauft. Tut es mit dem Hut hier, ne? So. 10 Intelligenz. Und, achso, achso, ich hab ja sogar ein gelben. Ne, der kann da halt verkauft werden. Verkaufen, 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 verkaufen. Und die Flasche O verkaufen. Und die Flasche kann O verkauft werden. Und dann schauen wir uns da mal ein bisschen was an. Weg, 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 weg. Weg. So. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Cut hier. War ja schön. Ich gucke mir jetzt noch ein bisschen meine Gegenstände an. Das muss ich ja nicht in der Aufzeichnung zeigen. Ich glaube, das ist halt ein bisschen langweilig, wenn das so zum Ende kommt. Da schaltet ihr dann sowieso wahrscheinlich ab. Dann sagt mir ja vielen Dank, Teichi, dass du dabei warst. Vielen Dank an euch, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wir sehen uns in der nächsten Session wieder. Lasst uns ja einen Like und ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns gerne mal eure Meinung, Anregungen, Verbesserungen, whatever. Oder Tipps, die wir vielleicht besser machen können. Wie gesagt, wir sind ja noch relativ nubig in dem Spiel hier. Vielleicht habt ihr da ein oder zwei Tipps, die dann sagen, Alter, mach das mal bitte so. Dann habt ihr auf alle Fälle den geilsten Shit. Ja. Würde ich sagen. Bis dahin. Mit allen bekannten Worten. Bis neulich. Bis neulich, Freunde. Bis neulich. 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 Vielen Dank.